So, ich bin jetzt hier in meinem Hotel und da ist wieder Show angesagt, ein typischer Hotelurlaub, abends Show und so. Also, ich bin ja eigentlich den ganzen Tag unterwegs und wieder für neue Filme und Serien und abends bin ich dann meistens hier an der Bar im Hotel zu finden im Calite Amare Palace und ja, morgen bin ich dann wieder unterwegs mit meinem Drehteam und werden wieder schöne neue Sachen einfangen für nächstes Jahr. Die kommen dann im Januar, neue Filme und neue Serien und ja, ich hoffe, die werden wieder interessant, sehr interessante Themen und könnt ihr euch darauf freuen. Ich habe jetzt unten noch an der Bar einen Uso stehen und den muss ich jetzt noch austricken und wer jetzt hier vielleicht in der Nähe ist oder vielleicht sogar in einem Hotel, ich sitze meistens an der Bar abends. Ihr könnt mich ruhig ansprechen, wenn ihr irgendwas wissen wollt oder so, kommt vorbei, schaut mich an. Ich bin für alles auf jeden Fall. Ciao.